Es gibt sensationelle Nutzeffekte, die sich aus der Technik ergeben. Eine neue Art der Interaktion und Kommunikation zwischen Behandler und Patient. Digitalisierung ist notwendig und deswegen glaube ich, dass man mit der Zeit gehen muss. Sonst geht man mit der Zeit. Das machen schon alle andere. Wir dürfen das nicht so schlafen. Ich glaube, das ist die Zukunft. Das mit diesen technischen Erleichterungen, das haben wir doch längst im Taxigewerbe auch. Mittlerweile ist einfach dank der Computertechniken die Vermittlungskapazität praktisch unbegrenzt. Das ist einfach nötig, dass wir auf verschiedenen Beinen stehen und da haben wir eben die automatisierte Auftragsvermittlung über die App, die in den Computer der Zentrale geht. Natürlich kann man immer noch ein bisschen schneller werden. Da fällt uns auch nichts aus der Krone, wenn wir da selber uns ein bisschen an der eigenen Nase packen. Der Vorteil durch die Digitalisierung, indem ich jetzt dann mal ein Laptop dabei habe, ist natürlich ganz klar, dass ich alle Pläne sofort abrufen kann. Sprich, die Pläne sind auf dem aktuellen Stand, wenn ich vor Ort draußen bin. Zum Beispiel sehr, sehr viel wert, wenn man eine Störung hat. Die Faszination ist einfach, dass man halt letztendlich, wenn man jetzt ein Kabel sieht, durch eine dünne Leitung, dass man da dann hinten dran so viel bewegen kann. Das erste Wort, was einem zur Digitalisierung einfällt, ist natürlich eine Chance. Alle reden von Chancen. Unser Evolino, letztlich eine Computertechnik, ist über Mittler eine Anweisung, die von der Fachkraft kommt. Bislang gab es zum Beispiel keine abrechenbare Möglichkeit für eine digitalisierte Behandlungsleistung. Das haben wir mit der Genossenschaft geändert. Also wir haben schon gesehen, dass wir mehr zum Kunden kommen müssen. Der will halt mit dem iPad auf der Couch zu Hause sich wenigstens informieren. Und da wird man eigentlich gleich von Anfang an dabei sein. Wir wollen ja die Brücke schaffen zum Vorort-Webshop. Wir bieten ja die Möglichkeit an, dass der Kunde sich das im Web-Shop bestellt und bei uns dann am Schalter abholt. Wir sind halt vor Ort. Da sind bestimmt 80 Prozent Stammkundenanteil. Grüß dich. 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 Wir stehen doch auch besonders im Internet für Vertrauen und Qualität. Und wollen wir diesen Dreifassen-Shots eigentlich auch nicht wissen. Das Thema Digitalisierung nimmt bei uns einen relativ hohen Stellenwert ein. Wir merken, dass die Mobile-Banking-Zahlen bei uns zugreifen, die Fans auf Facebook steigen. Das heißt, wir schauen jetzt, dass wir da sind, wo der Kunde ist, wo uns der Kunde braucht, über verschiedene Kanäle. Unser Kletterturm ist aus der Not geboren, weil die Gymnasium-Turnhalle, wo er früher positioniert war, abgerissen worden ist. Wir waren überwältigt, wie großzügig gespendet worden ist. Wir waren die erste Bank in Bayern, die sich an das Projekt Crowdfunding herangetraut hat. Und ein Grundgedanke hat uns dabei immer geleitet. Das ist der genossenschaftliche Grundgedanke. Was einer nicht schafft, das verschaffen viele. Und das spiegelt Crowdfunding wunderbar wider. Und das Ergebnis steht jetzt hinter mir. Eine spannende Idee, dass ein Internetprojekt irgendwie dann doch uns als Bank näher zu den Leuten bringt. Ich sage immer gerne, Technik alleine macht die Omi nicht glücklich und auch nicht gesünder. Ihnen ist wichtig, dass das, was auf der Straße anrollt, ein gescheites Taxi ist. Wir sind immer einigen lassen, legen wir vor was.